Hörte den Quatschern. Das hier ist unsere Welt. Die Welt des Elektrons und der Schaltungen. Der Schönheit des Baut. Wir kennen weder Nationalität noch religiöse Richtungen und unterschiedliche Hautfarben auch nicht. Ihr führt Kriege, mordet, lügt uns an und betrügt und wollt uns Glauben machen, es seid zu unserem eigenen Besten. Aber wir sollen die Kriminellen sein. Ja, ich bin ein Krimineller. Mein Verbrechen heißt Neugier. Ich bin ein Hacker und das ist mein Manifest. Manifest, hörst du? Alles klar, Manifest, okay? Kann sein, dass ihr mich aufhaltet, aber ihr könnt uns nicht alle aufhalten. Das ist cool. Cool? Ja, cool. Du findest das cool? Das ist cool. Das ist nicht cool. Das ist Kommunistengebäsch.